Herzlich Willkommen im Hof Frey in Siliswil. Wir sind ein vielseitiger Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau und Milchwirtschaft. Ein normaler Arbeitstag fängt für mich an fünf Jahren mit dem Melken der Kühe, dem Pasteurisieren der Milch und dann wird die Milch abgefüllte Glasflasche und anschliessend ausgeliefert in Kaffees, Quartierläden und Käsereien der Stadt. Am Beruf Landwirt ist das schönste, einfach zu arbeiten in der Natur mit den Tieren. Was ich immer sehr schätze, ist, dass wir unsere Weiden nicht ums Haus herum haben und wir morgen mit den Kühen, wir gehen mit dem Velo auf die Weide raus. Unsere Kühe können während der Vegetationszeit alltag auf die Weide. Im Frühling, weil die Temperaturen sind ganz tagig. Im Sommer ist es heiss, es ist einfach am Morgen und im Herbst ist es angenehmer wird wieder der ganze Tag. Nebst der Landwirtschaft haben wir auch noch ein Bed & Breakfast mit sechs Zimmern. Ausserdem haben wir noch die Pferdenpension und produzieren noch das Schmineholtz. Wenn ihr uns mal hautnah möchtet erleben, dürft ihr gerne zu uns kommen, im B&B übernachten und zum morgen unsere feine Milch probieren.